Wirtschaftsspionage, Sabotage und Konkurrenzausspähung. Betrifft dies eigentlich die deutsche Wirtschaft? Und ist Wirtschaftsschutz für mein Unternehmen erforderlich? Wenn ja, was muss ich dafür tun? Wirtschaftsspionage, Sabotage und Konkurrenzausspähung ist durch die Globalisierung, Digitalisierung zu einer neuen Sicherheitsherausforderung für Staat und Wirtschaft geworden. Jedoch gegenüber aller aktuellen Presse- und Medienmitteilung finden Angriffe gegen Unternehmen nicht ausschließlich nur unter Ausnutzung von Sicherheitslücken in der IT-Infrastruktur statt. Wie ich schon in meinem Video Methoden der Wirtschaftsspionage erklärt habe, finden Angreifer auch andere Wege, um an ihr Ziel zu gelangen. Beispielsweise durch Einschleusung von Agenten in Unternehmen, durch Einbrüche oder auch durch Bestechung und Erpressung. Aufgrund der vielseitigen Angriffsmöglichkeiten wird somit ein umfassender Schutz notwendig, welcher mehr als nur die IT-Sicherheit betrifft. Umfassender Schutz beinhaltet neben den Sicherheitsmaßnahmen im Bereich der Information- und Kommunikationstechnik, also die IT-Infrastruktur, auch physische, personelle und organisatorische Aspekte. Mit anderen Worten, wir reden über folgende Themenbereiche. Sicherheitsmaßnahmen im Bereich der Infrastruktur, wie beispielsweise die Objektsicherheit. Maßnahmen zur Verhinderung von Lauschangriffen. Kontrolle ausgesorster Bereiche, wie beispielsweise Facility-Tätigkeiten für Firmengebäude. Schulung und Sensibilisierung von Mitarbeitern. Sicherheitsvorfallmanagement. Krisenmanagement. Und einiges mehr. Klein- und mittelstellische Unternehmen, für die der Schutz ihres Know-hows wichtig ist, jedoch sich mit dem Thema Sicherheit noch nicht beschäftigt haben, tun sich sehr schwer beim Gestalten eines entsprechenden Unternehmensschutzes. Sie fühlen sich überfordert, wissen nicht, wo sie beginnen sollen und geben dann recht schnell auf mit der Einstellung, mich wird es nicht treffen. Um Ihnen als Mittelständler zu helfen, wurde das Internetportal www.wirtschaftsschutz.info erstellt. Das Portal bündelt alle aktuellen Informationen von deutschen Sicherheitsbehörden, welche dann den Unternehmen zur Verfügung gestellt werden. Auch wurde in Zusammenarbeit zwischen den Sicherheitsbehörden, also dem Bundesamt für Verfassungsschutz, dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und dem Sicherheitsverband ASW, das Handbuch Wirtschaftsgrundschutz erarbeitet. Dieses Handbuch bildet die Ergänzung zum bestehenden IT-Grundschutz und beinhaltet weitere Themenbereiche, welche über die Informationstechnologie hinausgehen. Diese Themenbereiche ermöglichen Unternehmen, die entsprechende Zusammenstellung notwendiger Bausteine, um einen betrieblichen Grundschutz herzustellen. Sie als Unternehmen suchen sich im Handbuch die Themen heraus, welche für Sie wichtig und relevant sind. Anhand von Leitfragen können Sie dann entsprechende Maßnahmen treffen, um somit einen für Ihr Unternehmen entsprechenden individuellen Schutz zu erreichen. Damit Ihr Unternehmen erfolgreich bleibt, sorgen Sie für Ihren betrieblichen Grundschutz. Um gesund zu bleiben, gehen Sie ja auch regelmäßig zu Vorsorgeuntersuchungen. In diesem Sinn, bleiben Sie sicher! Bevor Sie W. Bevor Sie, bitten Sie sich einmal ab,